Ja, hallo, Alexander Schumann hier. Gestern war ja wieder, oder heute, war Zeitumstellung und das möchte ich zum Anlass nehmen, mal über die Zeit an sich zu sprechen. Und zwar bin ich dafür, dass wir wieder auf die alte Zeit umstellen, also auf die Mondzeit, wie es ganz früher der Fall war, dass man sich quasi den Tag nach dem Mond gerichtet hat und nicht nach der Sonne. Das war eigentlich die ursprüngliche Zeitenteilung der Jäger und Sammler, die wir ja alle mal waren. Erst als wir angefangen haben, Felder zu bewirtschaften, Ackerbau und Sesshaftwürden und so, da war die Sonne entscheidend, weil man sich da eben nach den Jahreszeiten richten konnte. Der Mond früher war für die Jagd wichtig, tagsüber tut man sich schwer beim Jagen, weil erst nachts das Wild rauskommt. Und deswegen bin ich dafür, dass man sich wieder auf den Mond konzentriert, weil eben unser Biorhythmus noch nach dem Mond bei den meisten, also nicht 24 Stunden, sondern 25 Stunden Tage ausgelegt ist. Ja, wenn ihr dafür seid, schreibt es unten in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss!